so ich zieh nix freiwillig dann probieren wir das doch mal aus nee ich weiß noch nicht wie lange ich wach bleibe das auch wenn es lustig ist machen wir heute länger kann ja auch noch gleich was anderes machen was wer ist da ich extreminiere bei sich kontakt du wirst es bitte verzeihung liebe mitmenschen die beschränkte stromversorgung hier am strand streut mir wirklich sand ins getriebe ich habe versucht selbst einen effizienten entwurf aufzubauen über er führt immer wieder zu stromausfällen wenn es den bitte für mich beheben ich hasse so ineffiziente dinge alles klar fluffy bis gleich ach kann man doch direkt da reinpacken in die verpackungsmaschine ok als erstes betriebsmodus auf energie sparen ist schon mal sehr wichtig moment ich habe nachricht bekommen ich kann dir nicht einsehen im moment so geh bitte weg so wie viel Uhr haben wir denn auch wir haben schon 18 Uhr ja da muss ich mal ganz kurz noch auf Discord was posten Gesundheit auf jeden Fall so ok also erstmal ist das einfacher Hotdog was haben wir denn hier oben das ist das frittierte Huhn also wir können die sachen eigentlich schon miteinander kombinieren jetzt wird es schon mal einiges erleichtern ich mache das jetzt mal ganz entspannt alles ja so dass das schon mal erst mal richtig wenig stromverbrauch also im verhältnis zu vorher so warte mal doch das ist jetzt mal ein tiefer so ok ich habe was vergessen moment achso das muss ja noch aaaah ok das setzt das zusammen dann frittiert das das ah ok alles klar dachte schon ich glaube der Sinn ist eigentlich nur hinter der Sinn ist eigentlich hier nur hinter dass man einfach nur diese 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 Bestelldinger aufbaut mehr nicht aber wenn ich schon mal hier dabei bin weil mich macht das wahnsinnig mir machen solche Systeme total wahnsinnig ok ach guck mal das ist auch ganz interessant da unten dass es dann das zusammen und direkt zusammen liegt könnte kann man das auch machen so das hätte ich auch nie so gedacht warte mal oh warte hallo so geradeaus was ist mit dir ist auch geradeaus du auch und du auch sehr sehr schön so und jetzt können wir eigentlich direkt so alles klar guck mal wie viel wie viele Felder wir schon eingespart haben mit dem System so oh alles klar ich habe heute ein Foto von meinem Dating-Setting-Geschickt und dachte hey das wird nichts passieren nachdem ich das Bild geschickt habe hat er mich geblockt was oh nein das sind doch scheiße hat man nicht ja das das ist auch absolut respektlos so was du solltest direkt blocken also aber weißt du Zellmaschine also ich persönlich würde mir dann so denken ähm ich würde mir dann denken ja dann ist es halt nicht wert fertig mehr arbeitssprechung umfangreichere Funktionen äh ich wollte eigentlich nur Moment was ist das denn für Monster den doch nur haben so was sind das drei Sachen so das okay dann einfacher Hotdog einmal bitte den haben wir hier unten bei einem einfachen Hotdog bitte einmal ausführen hallo achso einmal ausführen und bitte auch nochmal hier denke ich auch irgendwie der Schneewertsmann wird ja siehst du immer positiv denken auch wenn ich jemand bin der das selber nicht hinkriegt aber ja aber ist so so frittiertes Huhn bei frittierten Huhn bitte einmal ausführen einmal ausführen und du auch und genau dasselbe ich ja auch auch nur ausführen wenn bereit ist so und hier unten das letzte die Pommes wo bitte einmal nee nicht ein sondern ausführen oder genauso und jetzt kommt achso nee gar nicht das ist schon alles richtig das letzte was ich noch machen möchte ist ja wieder dieses typische das hat er auf 15 Sekunden erhöht dann gehen wir mal auf 16 drauf obwohl das ist eigentlich egal aber trotzdem ist es schon krass dass er das schon die Zeit so verschoben hat das ist nicht alles gleichzeitig passiert aber trotzdem irgendwie nichts ich bin gefährlich nah dran es funktioniert da war wieso ist man nun so langsam wieso ist mein Huhn so langsam oder warte mal verschieben das oder das brauche ich auch noch mit dem zusammensetzen das ist schon alles so okay das war zu schnell gehen wir mal hier auf 8 hoch weil so lange brauche ich auch die Fritte mal sehen ob das ausreicht geht Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Ah, das ist schon kacke. Ich darf? Moment. Moment, mein Stromverbrauch muss so gering sein, habe ich noch gar nicht gesehen, ist ja krass. Das wird eine schwere Nummer, das kann ich mir schon mal sagen. Ich mag das mit dem Zusammensatz übrigens überhaupt nicht, da oben mit dem Hähnchen teilen. Fällt was ein. Wir könnten das versuchen nochmal, diese Sache, die ich sonst immer mache halt, dass man für die Fritteuse doppelt benutzt. Das könnten wir einmal ausprobieren. Das könnten wir einmal ausprobieren. Da müsste ich nur hier schauen. Oh. Oh. Uh. Ah, shit. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so ganz und gar nicht, wie ich es will. Okay, das sieht schon besser aus. Mhm. 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 Ja, weil somit können wir das alles auch nochmal eine Stufe schneller machen. Das ist dann auch wieder sehr positiv. Schön. Oder auch nicht. Dass ich was vergessen habe. Ach. Okay. Das ist nur kurz gucken, ob ich auch alles. Was? Das ist so ein riesen hin und her hier, ne? Ja, das ist schon mal auch nicht richtig. Das muss geradeaus. Okay. Was ist das? Okay. Das ist auch nicht richtig. Das muss einmal nach da gedreht werden. Was mit dir? Du musst geradeaus. Richtig. Du musst unten links. Du musst. Ja. Wollen wir das mal ausprobieren. Ja, toll. Wenn man schon 100 von Energie verbraucht, nur damit die ersten Bestellungen kommen. Okay, da holt jemand nicht das Hähnchen raus. Und da macht das niemand auch seine Aufgabe. Wieso arbeitest du nicht, weil du falsch stehst? Der arbeitet schon wieder nicht. Was arbeitet der denn jetzt noch? Ja. Okay. 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 jetzt verbraucht es denn so viel strom und wieso so viel habe ich keinen bock drauf weiter zu machen einfach weiter ja kommt schon ab